Was ihr bisher als Wahrheit akzeptiert habt, wird nicht mehr eure Wahrheit sein, mein Kind, sage heute unseren Kindern bitte das folgende, wenn ihr euch bekehrt, zu meinem Sohn findet, ihm nachfolgt und euch, euer Dasein ganz auf ihn ausrichtet, auf ein Leben würdig in Gottes Augen, dann wird euer Leben lebenswert sein, und trotz dass ihr noch hier auf Erden verweilt, bis der große Tag des neuen Königreichs kommt, wird, werdet ihr wie in einer anderen, neuen Welt leben, denn das, was ihr bisher als Wahrheit akzeptiert habt, wird nicht mehr eure Wahrheit sein, ihr werdet erkennen, wie ihr manipuliert werdet, und ihr werdet aus der Ausweglosigkeit des sich immer schneller drängenden Teufelsrades ausbrechen, können, denn wer mit meinem Sohn lebt, denn wird der Teufel nicht blind, nicht verblendet und nicht gefangen halten, denn das Licht meines Sohnes ist stärker, die Erkenntnis seiner größer, seine Wahrheit ist die einzige Wahrheit, und es gibt nichts, was der Teufel dagegen aussetzen kann, meine Kinder, begeppt euch auf den wahren Weg zum Vater, begeppt euch zu meinem Sohn, so werdet ihr befreit werden und nicht verloren gehen, wenn die Pforten des neuen Königreiches sich nun bald öffnen, kommt, kommt, meine Kinder, kommt und wartet nicht mehr länger, denn das Ende naht, und wer zu meinem Sohn gefunden hat, wird gerettet werden, Amen, so sei es, eure euch liebende Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung.